Ich weiß nicht, ob ich im Schloss bleibe. Das ist ja nichts wirklich schönes. Das ist ja nichts tolles. Hier ist noch ein Boss. Hier, ein Baum-Boss. Schauen wir mal. Baum-Main oder was? Das Baum ist mir sicher. Mal schauen. Bin ja gespannt. So jetzt ohne Runen, ganz egal ob wir sterben oder nicht. Alles gut. Na, welche Baume steckt mich jetzt hier? Ach, der Baum. Hallo. 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 Ist das ein Wurm oder was? Ist das ein Wurm oder was? Ich hab gar keine Bossen zeigen. Wie nett ist der nicht. Ich hab gar keine Bossen zeigen. Normaler Typ. Und wenn man sich imivers, das geht nicht. Dann wird das machen. Das macht nichts aus, das aber. Dann wird er öfter schlagen gehen. Es wird jetzt nicht wieder schauen. Dann wird es wieder da. auch eine goldene saad sehr geil schön gelöst ok war das der das ist das boss gekennzeichnet ist das nicht der boss hat ja viele punkte gegeben ich habe ja wieder 10k wir hatten wir hatten nichts mehr lang nicht mehr so eine so eine kutsche gesehen am anfang waren einige beim startgebiet reisenbrecher ok was wir alles kriegen hier ist auch ein boss wie kommen wir dahin ich glaube wir tun ja gar nicht mehr so viel in der stadt machen weil ich weiß nicht genau was ich jetzt hier in der stadt soll so baumwächter zwei stück oder was zwei stück von den menschen du musst gegen zwei von ihnen antreten die mädchen jetzt haben sie den boss aber verdoppelt und du musst gegen zwei kämpfen einfach so einfach so boss verdoppelt das ist nicht so nett wo bin ich denn hingeladen oder war ich hier nicht schon oder bin ich nicht hier rein ich bin gar nicht hier gewesen noch so oder was an der stelle anscheinend das ist schweig aber ich habe es nicht so ich bin auch dass ich bin so ich bin ich bin ich bin es Ho! Genau war ich hier echt noch nicht. Ich muss eigentlich jetzt dringend pinkeln hier. Aber ich hab halt kein Pferd mehr und hab nirgendwo gespeichert. Und zwei von denen sind mal ein bisschen zu wild ey. Was hier alles ist? Ich dachte ich war hier schon, aber irgendwie doch nicht. Ist hier irgendwo so ein Safe-Teil? Hier. Da. Eins. Wo ist denn eins? Wenn hier alles zusammen ist. Da. Da. Habe ich übersägen vom Weglauf vor lauter Ritter da. Hey. Ich wollte hier mit den Flächen Auflage hinzufügen. Geht das? Ja. Golde Saat. Verstärkung. Ja. Okay. Jetzt gehen wir mal hier runter. Ich muss mir, ich will mal kurz den Boss anschauen und dann würde ich gern pinkeln. Richtung 4. Richtung 4. Da ist Rauch. Da ist Rauch. Ja. Hier soll ein Boss sein. Vielleicht ist ja auch dann das Ding der Boss. Diese zwei Typen da. Wegen ein Biestes hier. Na dann. Jui, 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 jui. Die lassen sich hier arbeiten oder was? Okay. Das ist frech. Da ist schon jemand mit Sense. Das ist ein Boss. Mit Sense, der mich vernichtet gleich. Okay. Ich glaube das eher. Hallo. Yo. Ist das ein Stier oder was? Ich habe es nicht gesehen richtig wegen der Kamera. Stier mit Skorpionstachel raus. Okay. 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 Wie geil. Was ist das? Voll cool. Okay. Sogar so ein Ding. Ich dachte ich muss da mal reiten. Schön. Toll. Voll geil. Gefällt mir. Das muss ich pinkeln. Dieser Typ hier nervt auch ein bisschen sag ich mal. Was soll ein Feuer töten oder was? Der Typ hier? Oh, wie schlecht. Okay. 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 Die Kamera ist voll vergessen. Vergesst du immer, dass die Kamera weg ist. Ich bin genau reingerollt, wa? LOL Die Kamera ist auch wieder weg. Ist zu weit weg gewesen, das Viech. Mach halt alles kaputt, Alter. Aua. Habe ich genug Mana noch für einen Schlag? Hier habe ich. Jo. Ich wollte gerade meine Viecher holen. Dodge. Wow, okay. Das sind so, so groß sind die. Aua. Aua. Psssss. Dodge. Ich habe zweimal Schleun gelohnt. Schöne Tier. Schöne Tier. Schöne Tier. Echt geil. Echt cool. ULTRA. ULTRA. Ich kann mich nicht alles jetzt. Jo. Okay. Geh mich halt direkt hier. Was geht? Was macht er denn hier? Na ja. Soooohle großes Ding wieder. Oh. Mach allein doch. Alles kaputt. Was macht mir ein Char so fies durch das Einschlag hier? Zack, Einschlag hab ich durch, mach da nicht. Hallo, 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 Dodge. Ich hab gedrückt L2 in R2. Hallo, hallo, da. Da, okay, das war jetzt aber. Hey, ich hab L2 in R2 gedrückt, der hat's nicht gemacht. Ich hab keinen Tasten ge-g-gings da. Ohne Witz, ich versuch bewusst zu spielen, ich hab keine Tasten gesmashed. L2, R2, zuschlagen. Hat er nicht gemacht, der hat nur geguckt. Mana war auch da. Hä? Geiler Anfang, leider. Man kann ihn halt am Anfang nicht anvisieren. Kannst du halt nicht machen, da, da. Das sind halt so, so sinnlose Tri's, die man eigentlich vergessen kann. Kannst du jetzt einmal hier drinnen bleiben. Also, hier drinnen anfangen. Kann ich das nicht unterbrechen, diese Rota? Kann ich das nicht unterbrechen, die Rota? Nein. So, ich habe ein Problem. Ich habe das nicht unterbrechen. Ja du kannst also, das kannst du vergessen. Ich dachte ich könnte ein bisschen auf dem Mount bleiben, so paar Minuten, aber das geht nicht. Und Chat, was sagt ihr zu dem Boss, ist schon geil oder, ist schon ein nettes Vieh hier, so nicht so ein Stier, Stier, Skorpion, was auch immer das genau sein soll. Ja, ein Antikor, ja zum Beispiel, zum Beispiel, geht so? Hier nochmal so. Geht nicht, geht nicht. Also ich kann mir vorstellen, wie er geht. Nur ich probiere es halt anders, aber wenn ich so, wenn ich immer so gewissen Progress gemacht habe, überlege ich mir noch paar andere Sachen, die ich probieren kann, aber die funktionieren meistens nicht. wir müssen so eine erste Phase erstmal durchmachen lassen. Habe es jetzt dreimal schon gemacht? Ne, leider nicht. Ok, hätte ich noch einmal warten sollen. Das kann ich dir nicht vorstellen. Ich kann euch doch gar nicht mehr. Doge, 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 Trink mal was! Oh, oh, ist der weg? Das macht er total weit Für später Ja ich musste halt mal trinken Jo alter Ich muss halt nach jedem Schlag von ihm trinken, weil ich komme halt nicht weiter Oh scheiße ich will das Ja das macht er halt bis ich keine Ausdauer mehr habe oder was Ich mach keine Reise, ich lieber meinen Schlag behalten Hey hast du wieder aus dem Tal geht Ich lerne es auch nicht ne Jedes Mal wenn du das machst musst du aus dem Tal geht nehmen Ich verstehe halt nicht warum das Spiel dem Boss immer abvisiert wenn du das machst Immer wenn du so ein Schlag machst du da Du spielst den Boss abvisieren Und dann musst du nochmal ins Tal nehmen und dann kannst du es wieder kämpfen Da kriegen wir schon hin Komm schon hin Mach Spaß Kommt lass mich abmachen Einmal Und zweimal Ja wie ihr erwischt jetzt krass Das hat mir doch erwischt Mit dem Schwanz auch noch einer Und weg Weg Ja Erst Jetzt Ich geheядüd jetzt wieder den Boss anvisieren Ich hoffe ich kann ihn noch nicht anvisieren Jetzt habe ich ihn wieder Ja, ich brauche Mana Und ich brauche Gesundheit Beides Ja, ich würde doch Gesundheit nehmen sollen Das geht schon, das geht schon Es ist halt nur manchmal unglücklich Ich muss halt anders dodgen Finde aber toll Also die Bosskämpfe gefallen mir Was jetzt coole Bosskämpfe heute Nur gegen diese zwei Ritter, ganz ehrlich Nope Also Jetzt haben sie mir die Ritter schon zu sehr Zu sehr copy pasted Es reicht zweimal Aber nicht noch zweimal Also das ist mir Sorry, sorry Kein Bock auf sowas Wann hat er denn das gemacht? Schon wieder Das macht er einfach so random, oder? So Ich wollte eigentlich Nicht dodgen, ne? Ich habe, ich habe gerade ein bisschen gefedwingelt Ich habe, ich habe gerade ein bisschen gefedwingelt Ich habe gerade ein bisschen gefedwingelt Ich habe, die Bremot Child Scheiße ich wollte mit dem Dach mit dem Pferd komme ich da weg Und auf dem Schlag gleich komme ich mit dem Pferd weg von diesem Steinchen da Ja wie soll ich denn dort schon wenn er auf mir Steine hat das so random wird Wie ich komme da nicht ran Woll ok das war nicht so nett Aber von der Höhe kacke gerade Hatte früher schlagen müssen Er hat nichts gemacht der Druck Nein das ist so fies Könnt ihr mich schlagen einfach Bricht er nicht ab geht die Rota Die Rota die bricht er nicht ab Das ist egal er tut sie einfach über mich machen Darf ich jetzt darf ich jetzt darf ich jetzt Jetzt Und anvisieren Noch mal Und noch mal komm Das war's easy Yo ist ja gut was ist hier jetzt ach du scheiße Was habe ich denn bekommen Dunkelsteinstein Ja 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 Voll geiler Kampfe Immer wenn Thorsten Immer wenn Thorsten weg geht Schaffe ich das Thorsten ist da Der sieht seine Die Kämpfe hier 4-5 mal irgendwie scheiße Er steht nicht auf Wiederholen Dann geht er Schaffe ich Sehr geil Sehr geil Macht Spaß hier GG Aber viel bekommen haben wir von dem Also wir haben schon eine Menge bekommen Aber runen kaum Macht ja nichts Ja gut Fahren wir noch ein bisschen So was gefällt mir So Boss Games sind cool Sind aber noch bestimmt alles leichtere Bosse Ich schätze Die wirklichen Bosse Also ich hab ja Ich hab ja Hier mal Ich hab ja mal geschaut Und geguckt Überlegt Weil ich hab ja Ich hab ja Zwei von diesen Dingern erst bekommen Und das waren anscheinend erstmal die zwei richtigen Bosse Und die beinhalten halt mehrere Phasen Wie gestern mit diesem scheiß Mond da Ich denk mir Dass die Real Bosse von der Story Die dann weitergehen Alle so ekelhafte Phasen haben Die doch das Spiel schon Also die einen schon sehr sehr krass nerven Und das war ja Und das war ja